Fertigin? Ola, ist das für die Haare? Ja, für die Haare. Du orderst Haare? Ja. Wollen wir das morgen ausprobieren? Ja. Und guck mal, was du noch alles hast. Guck mal, was da noch liegt. Und! Ich habe es für Ola. Aha. Und! 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 Ola, ist das schön? Ola, ist das schön? Oh, das fehlt. Gut. Guck mal, Ola, dann guck mal, was da noch in dem Beutel ist. Da. Wie Ola, das ist für Mädchen. Ja, mach mal auf. Und drauf. Ja, los. Und drauf und aufmachen. Durch. Was ist das? Ja, dann musst du doch mal probieren, Benni und Jana. Benni und Jana. Ja. Ja. Zieh. Joker. Ja. Wie ist das? Ja. 奇isch. Wie ist das? Ja. 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 Guck mal, guck mal. Okay, let Eric have a look at it and you open your next present. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, du kannst das angucken. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Sagst du das dann auch? Guckst du Tandiana an und um die Benni und sagst dann, gell? Ja. Gut. Anrufen. Ja, mach mal nachher, okay? Guck mal, Anna, da sucht er eine Karte von Omi. Ja, lass Eric jetzt angucken, du guckst die Karte jetzt von Omi an. Okay. Happy Birthday, Bob. I have a four-leafen. Mama, is I have a four-leafen? Yeah. Happy Birthday to a very special grandmother of Kola. Und dann haben wir das auch. Auf Wiedersehen. Ich möchte das auch. Und du willst das auch? Ja. Und du kannst das auch. Das ist auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein schöner Tag. Ein viel viel Liebe. A große Hugs. von Sandra, Robert und Sophie! Und dann... Kiss her! Ja, siehst du auch! Bäh! Und du bist von Sandra. Ja? Olle... Wir können uns auch sagen, Sandra. und Sandra auch und sagen danke und Sophie Listen Ola Are you gonna say thank you to Andy Sandra? Ja Good Ola, how old are you? How old are you? How old are you? No No? You have to call